Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Linda Giese und heute in dieser Folge soll es um eine Motivation für dich gehen, nämlich, dass du noch mehr zu dir stehst, dass du so richtig, richtig, richtig zu dir stehst. Ja, wie wichtig das ist, das habe ich selbst erfahren dürfen, weil ich habe schon viele Jahre einen richtig tollen Job gemacht und all das, was mir wichtig ist, schon längst gelebt, also wie eben Selbstständigkeit, erfolgreich. Ich bin eine tolle Mutter, habe ein großartiges Verhältnis zu meiner Tochter. Ich habe wundervolle Freunde, wohne dort, wo ich leben möchte und so, wie ich leben möchte. Aber irgendwie habe ich mich selbst nicht in meiner vollen Größe wahrnehmen können. Kennst du das Gefühl? So das Gefühl, dass in dir noch das kleine, unsichere Mädchen oder, wenn du ein Mann bist, der kleine, unsichere Junge wohnt? Besonders Menschen, die als Kind nicht ermutigt worden sind. Und vielleicht sogar eher Kritik statt Anerkennung erfahren haben. Diese Menschen leiden in der Regel an dem unsicheren, armen Ich, ja, ihr Leben lang. Und es fällt ihnen unglaublich schwer, das anders zu sehen. Und selbst wenn diese Menschen wirklich tolle Talente und Fähigkeiten haben, können sie nur ganz, ganz schwer an sich glauben. Also es kostet eine unglaubliche Kraft, die Dinge umzusetzen, die Dinge durchzusetzen, stolz auf sich zu sein und an sich selbst zu glauben, wenn wir als Kind das nicht mitbekommen haben. Ja, und das geht sogar bekanntlich sehr erfolgreichen, sogar berühmten Menschen so. Ja, und dann hatte ich das ganz große Glück, ja, einen ganz tollen Satz zu hören. Denn eines Tages sagte mir ein sehr bekannter Coach, ja, seinen Namen darf ich hier bestimmt auch nennen. Es ist der Thomas Reich. Linda, stehe reichlich mehr zu dir. Bam, Ausrufezeichen. Ja, den hat er mir sogar schriftlich mitgegeben. Und dieser Satz, der hat mich so bewegt, der schwirrte permanent in meinem Kopf, in meinem Bewusstsein, in meinem Unterbewusstsein, in meinem Herzen und manchmal mit Freude in meinem Herzen und manchmal auch mit Schmerz. Da gab dieser Satz mir so einen Stich. Aber dieser Satz hat so viel in mir selbst bewegt, dass seitdem das unsichere Mädchen in mir zu einer starken und selbstbewussten Frau geworden ist. Und was daraus alles erwachsen ist, das kann ich hier gar nicht so beziffern. Das ist die innere Haltung, die in meinem Leben eine ganze Menge verändert hat. Und dafür bin ich noch heute dem Thomas Reich unglaublich dankbar und lasse mich auch sehr gerne von ihm noch begleiten. Also auch ein guter Coach hat einen Coach. Ja, so viel dazu, wenn auch du selbstständig bist und vielleicht sogar im Bereich Coaching, Beratung, Inspiration, Motivation unterwegs bist, scheue dich nicht, einen Coach an deine Seite zu nehmen, denn solche Inspirationen sind unglaublich wichtig. Und auch wenn du kein Coach bist, kein Berater und etwas in der Form machst, ist für dich solch ein Coaching bestimmt unglaublich wichtig. Denn warum erzähle ich dir das alles? Es ist wichtig, Menschen zu finden, die dich motivieren, an dich zu glauben. Menschen, die dich größer sehen, als du dich selbst siehst. Weil es ist sonst einfach unmöglich für uns, diesen Sprung zu schaffen. Wir brauchen dieses Spiegelbild von außen. Wir brauchen die Motivation, wir brauchen den ehrlichen, offenen Blick von Menschen, die uns echt toll finden, die unsere Stärken erkennen und uns motivieren, diese genauso wahrzunehmen. Besuch Seminare, die dir helfen, zu dir zu stehen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wie zum Beispiel mein Seminar Werde zum Magier deiner Überzeugungen. Aus meiner Seminarreihe Time to Grow, heißt ja Zeit zu wachsen. Und ich kann mir vorstellen, das wäre genau das Richtige für dich. Natürlich nur, wenn du möchtest. Es gibt natürlich auch andere tolle Seminare, such dir was aus. Hauptsache, du hilfst dir, größer zu werden, zu wachsen. Dass du zum Magier in deinem Leben wirst, zum Magier deiner Überzeugungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle großartig sind. Wir brauchen uns nur manchmal an einen Menschen zu wenden, der uns zeigt, dass wir es sind. Denn meine Erfahrungen über Coaching, Beratungen, Seminare, über meine Begleitung in Lindas Home, ein exklusiver Mitgliederbereich, da erlebe ich das immer wieder. Wie Menschen plötzlich aus dem Boden schießen und an sich glauben und dadurch wachsen. Das ist unglaublich spannend. Wie zum Beispiel eine ganz tolle Frau, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte. Jedoch hat sie mich unglaublich berührt. Als ich sie kennenlernen durfte, war mein allererster Eindruck von ihr, dass viel mehr in ihr steckt, als sie selber von sich wusste. Man konnte regelrecht spüren, wie sie sich so versuchte, immer so ein bisschen zu verstecken. Zumindest war es mein Eindruck. Und dann konnte ich sie auf einem meiner Seminare erleben. Das war so ein bisschen später, nachdem ich sie kennengelernt hatte, hatte sie sich zu einem Seminar von mir angemeldet. Und da habe ich dann richtig erleben dürfen, wie diese unglaublich herzliche Frau sich richtig entfaltet hat und aus sich herausgekommen ist. Und ich war das gesamte Seminarwochenende nicht nur immer wieder überrascht von ihr, sondern auch regelmäßig zu Tränen gerührt. Ja, und sie ist jetzt auf ihrem Weg. Sie steht zu sich. Und das ist eine ganz tolle Kraft. Sie findet neue Freunde. Und Stück für Stück geht sie ihren Weg und setzt sich durch. Ja, aber ich finde, das kann sie dir auch kurz selber sagen. Denn sie hat mir eine Sprachnachricht für ein kleines Feedback geschickt. Also ich freue mich wahnsinnig, Linda kennengelernt zu haben. So eine tolle Frau. Und das, was ich auch auf ihrem Seminar bis jetzt gelernt habe, ist wirklich, ich weiß jetzt wirklich, wo ich zu mir stehe, was ich auch möchte. Das wusste ich vorher zwar schon. Und jetzt möchte ich es auch durchsetzen. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf das Home, obwohl ich noch nicht drinnen bin. Da freue ich mich irrsinnig drauf. Ja, auf dem Seminar habe ich wieder so einen tollen Menschen kennengelernt. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Sie hat echt mein Leben bereichert im Endeffekt. Das ist so toll, muss ich ehrlich sagen. Super, toll. Also ich würde auch gerne weiter mit ihr arbeiten. Und ich freue mich so wahnsinnig darauf. Echt, ich freue mich so wahnsinnig darauf. Einfach toll. Und wenn auch du, ja du, noch mehr an dich glauben möchtest, dann lass uns doch einfach mal in Kontakt treten. Manchmal reicht schon ein Impuls, um das Leben in die richtige Richtung zu drehen. Wenn du das möchtest, schau einfach in meine Shownotes. Da habe ich dir alles Wichtige reingepackt. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen das Allerschönste. Bis zum nächsten Mal. Deine Linda Giese Deine Linda Giese Untertitelung des ZDF, 2020